Und Zucker ist am Ende des Tages eine Droge. Wir alle lieben Zucker. Wir essen gerne süß und wenn wir damit angefangen haben, dann ist es oftmals schwierig, damit wieder aufzuhören. Herzlich willkommen zu diesem kurzen Video. Mein Name ist Jeffrey Burton und in diesem Video soll es um die fünf gefährlichsten Lebensmittel gehen, wenn du abnehmen möchtest. Und gefährlich setzen wir hier mal in Anführungsstrichen. Aber es gibt bestimmte Lebensmittel, die deinen Abnehmprozess negativ beeinflussen können. Nicht müssen, aber können. Und ich spreche jetzt aus Erfahrungen von Klienten bzw. potenziellen Klienten bzw. Menschen, die ich in irgendeiner Art und Weise mal erlebt habe oder wo ich es gesehen habe, dass es da halt schwierig war oder eben auch nicht geklappt hat. Jetzt unabhängig von irgendeiner Zusammenarbeit. Lebensmittel Nummer eins. Ich starte direkt. Das Lebensmittel Nummer eins, welches mega gefährlich sein kann, ist ganz allgemein Zucker. Und wir sprechen jetzt nicht von Zucker in der puren Form, denn kaum einer von uns ist Zucker pur. Das machen wir im Regelfall nicht. Also keiner wird sich Zuckerwürfel als Snack genehmigen und keiner wird Zucker trinken oder ähnliches. Also in der puren Form nicht. Aber Zucker verarbeitet in vielen Lebensmitteln. Und Zucker ist am Ende des Tages eine Droge. Wir alle lieben Zucker. Wir essen gerne süß. Und wenn wir damit angefangen haben, dann ist es oftmals schwierig, damit wieder aufzuhören. Man sieht das bei kleinen Kindern schon, aber ich will damit gar nicht anfangen. Also Zucker ist das erste Lebensmittel, was ziemlich gefährlich sein kann, wenn es um deinen Abnehmprozess geht, auch wenn es um deine Gesundheit und deine körperlichen Ziele geht. Das war das Lebensmittel Nummer eins. Lebensmittel Nummer zwei, welches oftmals von der Gesellschaft heruntergespielt wird, was aber deinen Prozess negativ beeinflussen kann, ist Alkohol. Wenn wir das als Lebensmittel zählen möchten. Alkohol, sei es das Feierabendbier, sei es das Gläschen Wein mit Freunden oder sei es auch auf einer Party, in einem Club, an einer Bar, der harte Drink oder der Shot, sind auch Sachen, die negative Konsequenzen haben können in diesem ganzen Prozess. Das Lustige ist, ich führe es mal ganz kurz an, oftmals ist es so, wenn man Alkohol getrunken hat, Alkohol entzieht dem Wasser Flüssigkeit und dementsprechend kann man am nächsten Tag sogar weniger auf der Waage wiegen. Was aber langfristig eher ein Trugschluss ist, als irgendwelche positiven Folgen hat. Deshalb Lebensmittel Nummer zwei, Alkohol. Lebensmittel Nummer drei, nicht wundern, ich lese hier ab, weil ich habe es mir nochmal aufgeschrieben, damit ich nichts vergesse oder durcheinander bringe. Lebensmittel Nummer drei ist ein Lebensmittel, welches im Ersten anscheinend erstmal nicht schlimm sein mag, aber es kann gefährlich sein. Und zwar rede ich von Nüssen. Nüssen ganz allgemein, sei es der kleine Nuss-Snack, den es an der Kasse im Supermarkt gibt oder sei es eben die Nick-Nacks oder die gesunden Nüsse, die man in irgendeiner Art und Weise in irgendwelchen Lebensmitteln mitkombiniert. Oder eben auch Pur-Snack, wenn man Fernsehen schaut oder wenn man eben im Büro am Arbeiten ist und nebenbei halt diese Nüsse am Snacken ist. Kann absolut gefährlich sein, deshalb muss man da auch schauen, ja. Sehr reich an Kalorien, sehr reich an Kalorien und aber auch hier bekanntlich macht die Menge das Gift. Ich möchte nur sagen, bei diesem Lebensmittel muss man eben auch ein bisschen genauer hinschauen. Lebensmittel Nummer vier an der Stelle, Obst, Obst in jeglicher Form. Kann gefährlich sein, beziehungsweise negative Konsequenzen bringen. Die Banane vor dem Sport oder nach dem Sport. Der Apfel, die Birne, was auch immer, sind alles oder es gibt auch noch getrocknete Früchte, getrocknetes Obst. Sind alles Sachen, die können den Prozess negativ beeinflussen oder gar den Prozess stoppen. Deshalb muss man da eben auch aufpassen. Das war Lebensmittel Nummer vier. Und das letzte Lebensmittel, halte ich mal recht pauschal, sind generell irgendwelche Smoothies. Die oftmals halt als genau das Gegenteil, als gesund und nährstoffreich und abnehmen und Fitness und körperliche Ziele angepriesen werden. Aber Smoothies in jeglicher Hinsicht können eben auch gefährlich sein. Denn, ich versuche es ganz kurz runterzubrechen, um ein Glas voller Flüssigkeit zu bekommen, braucht man recht viel, also voller Obstflüssigkeit, braucht man recht viel Obst, beziehungsweise Frucht. Und, ja, das ist es eigentlich. Also, um einen Bananen-Smoothie, sage ich jetzt einfach mal, zu bekommen, brauchst du wahrscheinlich drei, vier Bananen. Ja, und dementsprechend ist dann da doch auch wieder recht viel Fruchtzucker drin und viele Kalorien. Und da kommt halt wieder alles zusammen. Ja, also, das sind die fünf Lebensmittel, die gefährlich sein können und deinen Abnehmprozess negativ beeinflussen können. Ich wiederhole nochmal. Zucker, ganz allgemein, ja, in jeder verarbeiteten Form, wie gesagt, als Droge mega gefährlich. Alkohol, auch eine Droge und auch so führt auch dazu, dass man wieder Hungerattacken bekommt und hat halt auch sehr, sehr viele, kann sehr viele negative Konsequenzen mit sich bringen. Nüsse, der kleine Snack nebenbei, der halt auch oftmals unterschätzt wird. Obst und, wie gesagt, Smoothies. Das sind fünf Lebensmittel, wo du vielleicht mal schauen solltest, wie du diese selber konsumierst, ob du diese konsumierst und wenn dann, wie du diese konsumierst. Ob es vielleicht auch bei dir da irgendwelche Herausforderungen gibt. Wenn ja, dann musst du eben mal schauen, wie du das künftig angehst. Wenn nicht, umso besser. Und wenn du ganz allgemein nicht weißt, wie du langfristig deine körperlichen Ziele nachhaltig erreichst oder wie du diese Thematik angehst oder wie du es generell steuern kannst, dann kannst du dich hier unter diesem Video melden. Ja, auf ein kostenfreies Erstgespräch. In diesem Gespräch analysieren wir deine Situation. Wir schauen, wo du stehst und wo du hin möchtest. Und im besten Fall finden wir eine Lösung für dich. Ansonsten würde ich mich freuen, wenn du mir hier einen Daumen nach oben dalässt. Du kannst mir auch gerne jederzeit konstruktive Kritik dalassen. Du kannst dieses Video auch teilen. Vielleicht gibt es Freunde, Bekannte, die etwas tun sollten und nicht wissen, wie sie den Weg im besten Fall angehen. Ansonsten kannst du mir auch auf Instagram, Facebook, LinkedIn und logischerweise hier auf YouTube folgen. Und das war es mit dem Video. Wenn du der Meinung bist, du machst bereits alles richtig oder vieles richtig, du machst viel Sport, du ernährst dich gesund und du hast aber nicht deine körperliche Topform oder eben die Form, die du gerne hättest. Oder du hast vielleicht sogar gesundheitlich irgendetwas, was dir im Weg steht oder wo der Arzt sagt, wir müssen hier mal schauen. Dann kannst du dich auch gerne mal melden, weil dann ist es offensichtlich noch nicht so gut, wie es sein sollte oder könnte. Weil nichts ist schlimmer, als wenn man gefühlt alles richtig macht und trotzdem nicht die Ergebnisse bekommt, die man gerne hätte. Dementsprechend melde ich dann. Andernfalls danke ich dir fürs Einschalten. Ich freue mich, wenn du beim nächsten Mal wieder einschaltest. Und bis dahin erstmal alles Gute. Mach's gut. Ciao, ciao.